So, Tosk ist schon ein Fett davon. Ja, mach mal den Ton aus, genau. So, könnt ihr anfangen, oder seid schon dabei? Genau. So, bringt die Aufnahme. Alles schweigt. Komm, mach wieder das Gedudel an. Das ist so, Spiel um Platz 1, da wird aufgezeichnet. Machen wir voll besser dann auch. Genau. Ich würde mal sagen, wo hast du dieses eine Bonus-Teile aufgenommen, wo du fahrend hast. Cool. Das nimmt man nicht mehr. Diese Bonus-Teile bringen die eigentlich was? Ich glaube, da auch noch. Ach, Mann, also du kannst... Es gibt immer die Normal-Teile, die du die sammelnst. Dann kriegst du nach der Runde, kannst du dann halt Extras machen. Ah, ja. Die nutzen wir nicht. Und dann gibt es noch immer Bonus-Teile, die... Nee, die bieten halt auch wieder Lenz-Teile. Hast du immer 5-Teile verdrehen? Stopp mal das Spiel. Ah, ja, okay. Das wüsste ich jetzt nicht. Nein, aber nicht. Aber immerhin hast du den Platz, wenn du dann gehst, dass du es nicht noch vorhin nicht gespielt hast. Ja, vielleicht bist du hier geworden. Nein, nein. Ich hätte die vielleicht irgendwann mal umdrehen sollen. Dann bin ich besser in dieser. Ich habe auch das so, wenn man ein anderes Rahmen hat. Ja, okay. Aber es ist gut funktioniert. Mhm. Ja, Mensch. Mensch, von dem Schritt ist aber ein schöner. Was machst du da? Oh, Mann. Fischer. Ja, 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 ja. Oh, shit. Jetzt habe ich nicht wieder erredet. Nicht aufregen. Nee, nee, nee. Solange der Joyce sich noch nicht fliegt. Also, danke. Warum soll ich mich da reinsteigern? Wir fliegen oft. Genau. Das ist was anderes. Wie viel steht es denn? 8-0? Ach du Scheiße. Na ja, gut. Was ist denn? Nee, das ist mir eigentlich auch völlig gerecht. Ich frage mich gerade, ob das Volk aufs Richtiges hochspinnt ist. Ist das Arme, du kommst nicht. Okay, klar. Das Beatboy ist viel mehr zufällig. Weder noch. Das ist nämlich eine neue Gegend. Ja, aber man kennt es. Also, mein letztes Ding ist, es ist wirklich so, es kann ich die Amusee-Stick besser beeinflusst als bei Boardblazer. Auf jeden Fall, die Boardblazer hat sich herausgestellt, es ist nicht so komplex. Das ist nicht der Treffer. Also, da müssen wir es nicht behalten. Auf jeden Fall. Der Treffer, da ist er. Auch mal so wie Wurstboss. Gerechtig. Also, das Ding, muss ich sagen, ist klasse. Für mehrere, das funktioniert richtig gut. Da machen wir jetzt schon die eigenen Dinge. Double Digit. Was wird der Robert sagen? Nichts, weil es nie erfahren. Doch, es wird nicht groß sein. Der Target-Frank-Partner. Glückwunsch! 10-1. 10-1. Ja.